Leuchtturm der Abenteuer Freunde in Gefahr Trilogie Teil 1 Verlag Karim Piritz Gesprochen von Antje Fenske Eine BSK Hörspielproduktion Gesprochen von Antje Fenske Gesprochen von Antje Fenske 16. Dezember Die Taschenlampe In einem Wald am Stadtrand steht ein Baum, der niemals seine Blätter verliert. Er hat selbst im eisigsten Winter noch grüne Triebe. Die Anwohner nennen ihn Magische Eiche und die Stadt verdankt ihr den Namen Immergrün. Es soll hier Feen, Waldgeister und andere Zauberwesen geben und nach einem Ausflug berichten viele Kinder von Begegnungen mit Märchengeschöpfen. In der Nähe wohnt der zehnjährige Michael. Er findet solche Geschichten spannend, man weiß aber nicht, ob man sie glauben kann. Wenn es Märchenwesen geben sollte, sind sie bestimmt schüchtern und man sieht sie nur sehr selten. Michael ist oft zum Spielen im Wald, aber bislang hat er keine Zauberwesen gesehen. Es ist ein dunkler Wintertag, aber es ist mild und die Straßen frei von Schnee. Gleich fängt die Schule an und Michael und seine Mutter Anna sehen das hell erleuchtete Gebäude schon von Weitem. Ich komme mit rein, weil ich was mit deiner Klassenlehrerin besprechen muss, sagt seine Mutter. Dann bezahle ich auch den Eintritt für den Dinopark morgen. Michael freut sich auf den Schulausflug, aber etwas bedrückt ihn. Ich möchte nicht, dass Jan mitkommt. Michael, darüber haben wir doch schon geredet, antwortet seine Mutter. Jan ist erst seit ein paar Wochen in deiner Klasse. Es ist immer schwer, wenn man neu ist. Aber er schmeißt jedem seinen blöden Baseball an den Kopf, schimpft Michael. Das ist total gemein. Er ist wütend. Versteht sie ihn denn nicht? Ich habe mit seiner Tante gesprochen, erklärt seine Mutter. Sie sind umgezogen und Jan ist deswegen traurig. Wieso wohnt er bei seiner Tante? Vor sieben Jahren, als Jan gerade erst drei war, sind seine Eltern verschwunden. Wohin denn? Das weiß niemand. Und du erzählst es auch nicht weiter. Seine Mutter sieht ihn ernst an. Heute holt dich Papa von der Schule ab. Ich kann alleine gehen, entgegnet Michael trotzig. Ja, aber sie denkt nach. Momentan ist es besser, wenn du nicht alleine nach Hause gehst. Dann gehe ich mit Tim. Tim ist bereits seit der Kita Michaels bester Freund. Außerdem wohnt er in derselben Straße. Du wirst heute nicht alleine nach Hause gehen, befiehlt seine Mutter. Das werde ich auch mit deiner Lehrerin besprechen. Sie gehen durch ein großes Eingangsportal in einen Flur, in dem viele Kinder herumflitzen. Seine Mutter entdeckt die Klassenlehrerin und geht zu ihr. Michael schaut sich um und bemerkt einen Mitschüler mit schwarzen Haaren und braunen Augen. Hallo, Eduardo. Hallo, Michael. Wir haben gleich einen Mathe-Test, seufzt Michael. Ich wünschte, wir würden heute schon in den Dino-Park gehen. Ich komme morgen nicht mit, sagt Eduardo. Ich fliege mit meinem Vater für eine Woche nach Amerika. Wow, antwortet Michael begeistert. Mein Vater arbeitet für ein Weltraumprojekt. Er steuert einen Mars-Roboter und ich kann dabei zusehen. Super, freut sich Michael. Dann viel Spaß in Amerika. Nach dem Mathe-Test will sich Michael in der großen Pause erholen, doch Jan nervt ihn mit seinem Baseball. Michael hat keine Lust auf Streit und schlüpft durch ein Loch im Zaun, der das Schulgelände von einem dichten Wald trennt. Hinter sich hört Michael die lärmenden Kinder auf dem Pausenhof und er entschließt sich, in den Wald zu gehen. Je tiefer er vordringt, desto stiller und dunkler wird es. Als er ein lautes Knacksen hört, bekommt er eine Gänsehaut. Er wendet sich zum Gehen, dabei merkt er bei einer uralten, knorrigen Eiche ein blaues Leuchten, das aus einem großen Astloch kommt. Er schaut hinein und ist erstaunt, dass er durch den Baum hindurchsehen kann. Er sieht einen strahlend blauen Himmel und weiße Wolken. In der Ferne erkennt er einen Leuchtturm, der in den Farben des Regenbogens bemalt ist. Michael steht staunend und mit offenem Mund da, als sein Blick plötzlich verdeckt wird. Eine Hand taucht aus dem Astloch auf, dann eine weitere und zum Schluss ein Kopf. Der Kopf hat spitze Ohren, eine spitze Nase, runde Kulleraugen und schwarze Haare. Die Kulleraugen sehen Michael an und auf einmal sagt das winzige Geschöpf. Kannst du mir bitte mal helfen? Michael ist zu neugierig, um davon zu laufen. So hilft er dem seltsamen Wesen durch das Astloch, wobei es auf wundersame Weise wächst. Zum Schluss steht ein Junge neben dem Baum. Er ist einen Kopf kleiner als Michael, trägt ein braunes T-Shirt, eine kurze karierte Hose, Sandalen und einen Rucksack. Er nimmt den Rucksack runter. Jetzt bemerkt Michael auch seine Flügel. Staunend schweigt er. Ich bin Purzel, ein Elfenjunge von Himmelblau, sagt er. Ich suche den Sohn von Karl Engel. Mein Vater heißt so, sagt Michael. Das bin ich. Wie heißt du? Michael. Schön, dass ich dich jetzt erwischt habe, freut sich Purzel. Ich dachte schon, ich muss lange nach dir suchen. Ich hab was für dich. Purzel wühlt in seinem Rucksack, nimmt einige Sachen heraus und wühlt weiter. Da ist sie ja! Er reicht Michael eine Taschenlampe. Dann räumt er sein Zeug ein, legt seine Flügel an und setzt den Rucksack auf. Schöne Grüße von meinem Vater an deinen, sagt er. Michael nimmt die Taschenlampe und schaut sie staunend an. Sie hat einen regenbogenfarbenen Griff. Ich war vorhin schon einmal in deiner Schule, sagt Purzel. Aber da war noch niemand da. Irgendwie hab ich dabei eine Taschenlampe verloren. Kannst du mich rufen, wenn du sie findest? Äh, klar. Aber wie soll ich dich rufen? Hast du ein Handy? Nein, du musst einfach nur in das Astloch rufen, erklärt Purzel und klettert hinein, wobei er immer kleiner wird. Bis später, piepst er noch mit hoher Stimme und verschwindet. Da bemerkt Michael ein Buch am Boden. Äh, warte, ruft er dem Elfenjungen hinterher, doch Purzel ist weg. Michael hebt das Buch auf und geht zurück zur Schule. Nach der Schule sitzt Michael auf einer Bank auf dem Pausenhof und beobachtet Jan, der seinen Baseball immer wieder an eine Wand knallt. Michael ist genervt. Da holt ihn endlich sein Vater ab. Hallo, Schnuffel, sagt sein Vater und wuschelt ihm durch die Haare. Nicht hier, schimpft Michael. Er sieht besorgt zu Jan. Das ist ja peinlich. Oh, richtig, erinnert sich Karl. In der Schule soll ich dich ja nicht so nennen. Warum kann ich nicht alleine nach Hause gehen? Fragt Michael. Tim ist auch alleine gegangen. Ein gefährlicher Einbrecher ist in der Stadt. Er ist in die Forschungseinrichtung bei mir auf Arbeit eingebrochen. Ein Einbrecher, ruft Michael aufgeregt. Die Polizei sucht überall nach ihm. Mama und ich denken, dass wir dich aktuell lieber zur Schule bringen und auch abholen kommen. Hat er was gestohlen? Michael schaut ihn mit großen Augen neugierig an. Hm, nein, antwortet Karl. Er hat nicht gefunden, wonach er gesucht hat. Wie war die Schule? Gut. Michael schnappt sich seinen Ranzen und geht los. Das Bilderbuch Michael sitzt im Schlafanzug auf dem Bett in seinem Zimmer und betrachtet neugierig das Bilderbuch. Seine Taschenlampe liegt neben ihm. Noch fünf Minuten, dann geht es ins Bett, hört er seine Mutter von draußen. Ja, ha, ruft Michael zurück. Michael schlägt das Buch auf und sofort redet es los. Hallo, ich bin Billi, das Bilderbuch. Erschrocken fällt es Michael aus den Händen. Aua, jammert das Wilderbuch. Vorsicht! Michael nimmt das Buch und öffnet es erneut. Auf der ersten Seite ist ein Bild von einem Planeten. Das Meer ist blau, das Land gelb, orange und grün und ein Vulkan spuckt rote Lava aus. Das ist ein sehr bunter Planet, findet Michael. Das ist himmelblau, erklärt Billi. Dort gibt es Elfen, Zwerge, Piraten, Riesen und viele weitere magische Wesen. Auf der einen Seite des Planeten scheint immer die Sonne, auf der anderen nie. Cool, sagt Michael und blättert um. Das nächste Bild zeigt einen Leuchtturm, der in den Farben des Regenbogens bemalt ist. Den kenne ich, ruft Michael. Der war im Astloch. Das ist der Leuchtturm der Abenteuer auf Himmelblau, antwortet Billi. Dort lebt Purzel mit seinen Eltern. Michael blättert staunend weiter und erkennt eine Taschenlampe, die wie seine aussieht. Das ist eine magische Taschenlampe, erklärt das Buch. Schaut man in ihr Licht, reist man nach Himmelblau. Wirklich? Ja, in der Lampe ist ein Kristall aus reiner Magie. Unglaublich. Michael will weiterblättern, als sein Vater ins Zimmer kommt. Hallo, Schnuffel, sagt Karl. Michael wirft das Buch erschrocken in eine seiner Spielzeugkisten, die neben dem Bett steht. Hey, ruft Billi empört. Was hast du da, fragt sein Vater und nimmt die Taschenlampe in die Hand. Die ist ja schön. So eine hatte ich als Kind auch mal. Genau so eine? Michael runzelt die Stirn. Ich denke ja, sagt Karl nachdenklich. Ich habe sie aber vor langer Zeit kaputt gemacht. Was? Ich war sehr wütend, antwortet er und betrachtet die Taschenlampe traurig. Und ich wollte niemals wieder nach Himmelblau zurück. Du warst auf Himmelblau? Was ist passiert? Michael schaut seinen Vater aufmerksam an. Ich war zehn und hatte einen guten Freund in der Schule. Er setzt sich zu seinem Sohn auf das Bett. Hans und ich waren oft zusammen auf Himmelblau. Aber dann ist etwas Schlimmes geschehen. Was denn? Michael rutscht aufgeregt hin und her. Seine Eltern hatten einen Unfall. Ich wollte ihm eine Freude machen und bin mit ihm noch einmal nach Himmelblau gegangen. Aber plötzlich... Ja? Michael zappelt hin und her. Ist er weggelaufen und nie wieder zurückgekehrt. Da habe ich meine Taschenlampe kaputt gemacht. So wütend war ich. Was ist aus ihm geworden? Fragt Michael gespannt. Ich weiß es nicht. Antwortet Karl traurig. Er ist noch auf Himmelblau, denke ich. Und die Taschenlampe? Sie war kaputt. Aber in ihr war ein kleiner Kristall. Und den habe ich behalten. Karl lächelt seinen Sohn an. Und das war auch gut so. Wo ist er denn jetzt? Hast du dir mal den Ehering von Mama genauer angeschaut? Ja, ruft Michael begeistert. Ja, natürlich. Michael erinnert sich gut an den Edelstein auf dem Ring. Er funkelt sehr schön und leuchtet heller, wenn seine Mutter wütend oder aufgeregt ist. Wenn man ihn aber zu lange anschaut, scheint er zu verschwinden. Erinnerst du dich, wie du damals vom Klettergerüst gefallen bist? Ja, da war ich drei, antwortet Michael. Da war ich im Krankenhaus. Die Ärzte haben dich untersucht und es hat nicht gut ausgesehen. Sein Vater schaut betrübt zu Boden. Es war doch nix, sagt Michael beruhigend. Ich war am nächsten Tag wieder zu Hause, oder? Ja, aber in der Nacht zuvor hast du auf der Intensivstation gelegen. Angeschlossen an viele Geräte. Es war... Karl stockt und sucht nach Worten. Jedenfalls hat Mama dir die ganze Zeit die Hand gehalten. Und dann... Ja? Michael wird nervös. Diese Geschichte hat ihm sein Vater noch nie erzählt. Dann leuchtete plötzlich Mamas Ring hell auf und am nächsten Tag warst du gesund. Wirklich? Michael schaut ihn fassungslos an. Ja, bestätigt Karl. Die Ärzte sprachen von einem echten Wunder. Es gibt also Wunder. Na klar, sagt sein Vater und lächelt. Und du bist unser größtes Wunder. Jetzt ab ins Bett. Michael zieht die Bettdecke über sich und streckt seine Hand in Richtung der Lampe aus. Karl legt sie ihm hinein. Viel Spaß damit. Und verliere sie nicht. Er wuschelt durch Michaels Haare. Dann macht er das Licht aus und schließt die Tür. Dann macht er das Licht aus und schließt die Tür. Die starke 쉬kt fällt aus. Au reichelt hat er das Licht aus. Und ich bin Frost. Und ich bin so groß. Graben, wirklich. Und ich bin so groß. Ich bin so groß. Und ich bin so groß. Sie leben so groß. Ich bin so groß. Der Leuchtturm Michael, betrachtet im Schein des Vollmondes, der durch sein Fenster hineinschaut, interessiert die Taschenlampe. Er drückt aufgeregt und mit klopfendem Herzen auf den Schalter und schaut in das Licht. Plötzlich ist er umgeben davon und hat das Gefühl zu fliegen. Unter sich erkennt er die Erde, die kleiner wird. Über sich sieht er einen blauen Stern, der langsam näher kommt. An ihm rasen gelbe Flecken vorbei. Er folgt ihnen mit dem Kopf und beobachtet erstaunt, dass sie unter ihm rot werden. Er spürt, dass er immer schneller wird. Sein Körper wird in die Länge gezogen und er kann seine Beine nicht mehr sehen. Ihm wird schwindelig, als sich alles um ihn herumdreht. Aber dann steht er auf einmal auf festem Boden. Mit seinen nackten Füßen fühlt er feuchten Rasen. Als er versucht, sich zu bewegen, wird ihm erneut schwindelig und er fällt hin. Als er sich erholt hat, steht er schwankend wieder auf. Er bemerkt in einiger Entfernung einen bunten Leuchtturm und erkennt ihn als den, den er durch das Astloch der Eiche gesehen hat. Dahinter sieht er das Meer und hört die Brandung. Am Horizont entdeckt er ein paar Siegelschiffe. Michael ist nur mit seinem Schlafanzug bekleidet, aber es ist ein wunderschöner Tag. Es ist warm und am blauen Himmel ziehen weiße Schäfchenwolken vorüber. Er nähert sich neugierig und mit wachsender Begeisterung dem Leuchtturm. Dabei geht er über eine Wiese und passiert eine große Eiche. Als er den Eingang des Turms erreicht, stürmt ein Elfenjunge heraus. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Hallo Purzel, ich hab dein Bilderbuch und das hat mir erklärt, wie ich herkomme. Da bin ich aber froh, dass du Billy gefunden hast. Ach, ich verliere oft mal was, sagt der Elfenjunge erleichtert. Ich leihe ihnen dir auch gerne noch etwas aus. Und jetzt komm mit, dann zeige ich dir den Leuchtturm der Abenteuer. Michael folgt dem kleinen Elf in den Turm. Sie steigen eine Wendeltreppe hoch und gehen an einigen Türen vorbei. Als sie die oberste Etage erreichen, bleibt Purzel vor einer verschlossenen Tür stehen. Eigentlich darf hier niemand rein, flüstert er verschwörerisch. Aber meine Eltern sind nicht da. Sie gehen durch die Tür und sofort bemerkt Michael die blendend helle Lampe des Leuchtturms. Unter ihr ist ein Spiegel, der ihr grelles Licht nach oben zu einer Glaskuppel reflektiert. Die Lampe sieht aus wie ein riesiger Kristall, der ständig seine Form verändert. Neue Spitzen wachsen, andere verschwinden. Was ist das? Michael reibt sich die Augen. Reine Magie, antwortet Purzel. Wir nennen es magischer Kristall. In jeder Taschenlampe ist ein Bruchstück. Er ist vor langer Zeit als Meteorit auf Himmelblau gestürzt. Mein Vater kann dir bestimmt besser erklären, wo er hergekommen ist und wie er funktioniert. Ein Meteorit? staunt Michael. Mein Vater kennt sich mit sowas auch aus. Er schaut sich ganz oft die Sterne mit einem Fernrohr an. Ich weiß, bemerkt Purzel. Mein Vater erzählt viel von den Abenteuern, die er mit Karl erlebt hat. Dein Vater wollte schon als kleiner Junge alles über Magie wissen. Aber er hat Physik studiert. Vielleicht ist das auf der Erde der Name für Magie, vermutet Purzel. Michael betrachtet, wie der interessiert den Kristall. Warum zeigt die Lampe nach oben? Sie leuchtet ins Weltall. So findet deine Taschenlampe den richtigen Weg nach Himmelblau. Soll ich dir mal was Verrücktes zeigen? Klar, antwortet Michael neugierig. Purzel geht zu einem kleinen Tisch, auf dem eine Schale mit Obst steht. Er nimmt zwei Äpfel und kommt zurück. Pass mal auf, sagt er und wirft einen Apfel neben den Kristall in die Luft. Michael will ihn gerade auffangen, da wechselt er plötzlich die Richtung und umkreist die Lampe. Das ist ja Wahnsinn, ruft Michael verblüfft. Purzel hat unterdessen einen weiteren Apfel geworfen, der auch in eine Umlaufbahn eingetreten ist. Der Innere bewegt sich schneller als der Äußere. Das ist ja wie bei den Planeten, stellt Michael fest. Das ist gar nichts, freut sich Purzel und sammelt die Äpfel ein. Dann nimmt er einen und schmeißt ihn direkt in den Kristall. Ohne Verzögerung fliegt er hindurch und taucht auf der anderen Seite wieder auf. Als Tomate. Michael fängt sie auf und starrt darauf. Das war doch eben noch ein Apfel. Bitte, wirf sie zurück, sagt Purzel. Vorsichtig wirft Michael die Tomate in den Kristall. Auf der anderen Seite fängt Purzel etwas auf. Es ist eine Kokosnuss. Ich werde verrückt, ruft Michael. Das kann doch nicht wahr sein. Doch, grinst Purzel. Manchmal kommen sogar einfach so Sachen rausgeflogen. Staunend und kopfschüttelnd geht Michael um den Kristall herum. Dann fallen ihm die Bilder unter der Lampe auf. Sie zeigen Planeten und unter jedem hängt eine Taschenlampe mit einer Trageschlaufe an einem Haken. Michael folgt den Fotos und nennt die Farben. Rot, orange, gelb, grün, blau. Die Erde. Das ist richtig, sagt Purzel und lächelt. Sie ist besonders schön. Michael entdeckt noch zwei weitere Bilder in Indigo und Violett. Insgesamt sind es sieben Fotos. Die Taschenlampen darunter haben die zum Planeten passenden Farben. Was sind das für Lampen? Das sind Rückkehrtaschenlampen. Erst jetzt fällt Michael auf, dass seine bunte Lampe verschwunden ist. Deine bunte Taschenlampe ist auf der Erde geblieben, erklärt Purzel. Ihr Licht hat dich zum Leuchtturm gebracht. Mit der blauen Rückkehrtaschenlampe kommst du wieder nach Hause zur Erde. Warum ist hier nichts? Michael zeigt auf einen leeren Haken. Darüber ist ein Bild von einem Regenbogen. Da hing die goldene Meisterlampe. In letzter Zeit treiben hier Piraten ihr Unwesen. Daher ist sie jetzt beim König. Es wäre schlimm, wenn diese Lampe verschwinden würde. Warum denn? Mit ihr kann man auf jeden Planeten reisen. Ihr Lampenkristall ist doppelt so groß und daher viel mächtiger als jeder andere. Außerdem kommt die Meisterlampe mit und man hat sie immer dabei. Purzel nimmt die blaue Lampe, die unter dem Bild der Erde hängt, vom Haken und reicht sie ihm. Alles, was du mit dieser Taschenlampe anleuchtest, wird zur Erde geschickt. Michael betrachtet sie neugierig. Plötzlich hört er ein schrecklich lautes Geräusch. Er zuckt zusammen und lässt die Lampe beinahe fallen. Schnell steckt er seine Hand durch die Trageschlaufe, damit ihr sie nicht verliert. Was war das? Ach ja, sagt Purzel. Die habe ich ganz vergessen. Die Dinos. Dinos? ruft Michael erschrocken. Ja, seit genau einem Tag sind die drei Dinosaurier von der Erde auf Himmelblau. Ziemlich üble Burschen. Von der Erde? Aber bei uns sind die doch ausgestorben. Die ist offenbar nicht. Wir müssen sie zurückschicken. Erneut hören sie ein lautes Brüllen und zusätzlich ein Scheppern und Krachen, als ob ein Haus abgerissen würde. Michaels Bauch verkrampft sich. Wie sollen wir sie denn zurückschicken? Die fressen uns doch auf. Kein Problem. Wir müssen sie nur mit der Rückkehrtaschenlampe anstrahlen. Das geht auch mit etwas Abstand. Erneut hören sie das Brüllen und irgendetwas kracht zusammen. Michael schaut aus dem Fenster des Leuchtturms. Und da sieht er ihn. Einen lebendigen Tyrannosaurus Rex. Er zertrampelt gerade einen kleinen Schuppen neben einem Bootsanleger. Weiter entfernt sind zwei andere Saurier. Komm, sagt Burzel. Wir gehen runter und rufen Sausi, meinen Schmetterling. Dann sehen wir uns auf dem Fenster des Leuchtturms. Dann sehen wir uns auf dem Fenster des Leuchtturms. Dann sehen wir uns auf dem Fenster des Leuchtturms. Vielen Dank.